Hallo! So, womit starten wir jetzt? Äh, was würd ich dich grad fragen? Du hast mich doch hierhin eingeladen, ne? Nein, du hast mich eingeladen. Hä, du hast mir doch geschrieben. Ich hab doch grad ne Nachricht bekommen, kommen wir in die Wolke zur Schein-Challenge. Genau die gleiche hab ich auch bekommen. Hä, aber wer soll das denn gewesen sein? Karn ist ja auch nicht da, ne? Nee, der ist noch gar nicht da. Der ist im Urlaub. Hä? Schon komisch. Ja? Herein? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hallo, Schönen und Kati. Hä? Das ist doch Forky. Das ist Forky. Sag bloß, das ist seine Slime-Challenge. Ich hoffe nicht. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, das ist auch hier voll bei euch. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel&Beck Kinderspielzeug. Ich bin Forky und ich bestimme diese Slime-Challenge. Äh? Ja? Werden wir vielleicht auch mal gefragt? Wie bitte? Ich meine, er kann doch nicht einfach hierher kommen und jetzt... Will er jetzt Karn ersetzen oder was? Ja, ich finde, die sehen sich doch ähnlich. Wie bitte? Ich sehe überhaupt nicht aus wie Karn. Ich bin viel schöner. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Hm? Ist der vom Tisch gefallen? Hm? Forky? Und jetzt kommt die erste Zutat. Weißer Bastelkleber. Für euch beide. Ich weiß, wie gerne ihr den mögt. Hm? Nehm ich gar nicht. Und das habt ihr jetzt davon. Dass wir jetzt auch beides... Also, dass wir beide... Ich hätte lieber Clearglue gehabt, Forky. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, anscheinend will er uns ein bisschen damit ärgern. Er hat nämlich gesagt, er weiß, dass wir den nicht unbedingt gerne mögen. Und das ist ja auch so. Ja. Ne? Also, das macht die Farben immer so samtig. Und nicht so kräftig. Ja, vielleicht haben wir noch Glück und bekommen jetzt gleich coole andere Farben. Und dann ist das so eine schöne Pastellfarbe oder so. Ich bezweifle so ein bisschen bei Forky, ehrlich gesagt. Ich glaube, er will uns eins auswischen. Ich glaube, er will unsere Slime-Challenge sabotieren. Ich habe ihm noch überhaupt nichts getan. Keine Ahnung, was er will. Was ich will, ich will hier die Slime-Challenge bestimmen. Und hier könnt ihr jetzt Styroporkugeln nehmen. Aber nur für Nina die weißen und für Kathi die schwarzen. Weiße Styroporkugeln. Und ich hier so schwarz oder braun. Also, weiß in weiß. Als wenn man das sehen würde. Das sieht ja auch total langweilig hier aus. Ja, weiß ich nicht. Wolken-Slime oder Wolken... Keine Ahnung. Sieht aus ein bisschen wie wolkig. Ich bin gespannt, was er uns als nächstes andrehen will. Aber noch, ja, keine Ahnung. Na, na, na. Beschwert euch mal nicht. Sonst müsst ihr aussetzen. Da gibt es gar nichts. Ja, ist ja gut. Wir sagen ja nicht mehr. Ich will nicht aussetzen. Meine Lippen sind verschlossen. Ich beschwere mich nicht mehr. Ach so, jetzt habe ich schon wieder geredet. Ist doch auch nicht schlecht. Aber reden ist nicht verboten. Wir dürfen uns nur nicht beschweren. Weil Forky das nicht so gerne sieht. So, als nächstes gibt es hier die Farbe. Für Nina gibt es gelb. Oh, schön. Und für Kathi gibt es braun. Auch schön. Braun. Schokobraun. Juhu, braun. Und ich habe, ich sage mal, Pastellgelb. Oh, das ist eine wunderschöne Farbe, oder? Ich meine, wir dürfen uns ja nicht beschweren. Deswegen müssen wir jetzt Forky für seine Auswahl loben. Klasse gemacht. Dann auch noch eine Farbe, wo kaum mehr was drin ist hier. Ich glaube, er hat es echt heute auf uns abgesehen. Ich mag diese Farbe nicht. Das wird doch so ein widerlicher... Ach, nee. Ach, ich darf mich nicht beschweren. Ach, ja, ich auch nicht. Ist das nicht schön? Die nächste Zutat ist Glitzer. Glitzer, 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 Glitzer. Und Kathi kriegt braun und Nina kriegt schwarz. Glitzer, 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 Glitzer. Ah, Forky ist so verrückt, ne? Hast du das gerade gesehen, was er für einen Freudentanz gemacht hat? Weil wir braun und schwarzen Glitzer haben müssen. Also, er hat ja gerade eine richtige Show abgeliefert, ne? Also, ich glaube, er hat einen kleinen Fable fürs Tanzen. Schätze ich. Oder? Er mag gern Glitzer. Na, wieder eine Gemeinsamkeit mit Kahn. Ja! Und jetzt kommt das Beste an der ganzen Slime-Challenge. Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren! Äh, ja, wir haben es verstanden. Wir haben offiziell die Genehmigung bekommen, dass wir jetzt Rühren, Baby, rühren singen dürfen. Weil Forky hat uns das ja vorgemacht. Das heißt, wir dürfen es jetzt einfach nachmachen. Also... Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Ich glaube trotzdem, dass ich irgendeine Art von Schleim habe. Und das ist wieder so ein ekelhafter Mayo-Schleim. Echt. Oh, meine erinnert mich gerade irgendwie an so eine Milchschnitte oder irgendwas, wo so Milchcreme und Schoko ist. Aber, naja, ich glaube, das wird... Je länger ich rühre... Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, rühren! Ja, wir müssen das Beste daraus machen. Ich könnte den doch... Wir dürfen uns ja nicht beschweren. ...Fuchsschleim nennen. Ne, oder wie welche... Welches hier hat denn so eine Farbe hier? Kannst du mir einen Activator geben? Ja. Das ist ja wohl noch erlaubt, Forky, oder? Ja! Activator ist erlaubt! Das wird wohl erlaubt sein. Okay. Tauschen, tauschen. Okay. Jetzt geht's weiter. Oh ja, das muss ich ja gleich noch. Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! Rühren, Baby, rühren! 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 Oh, rühren! Das ist mit Abstand. Das ist der wunderschönste Schleim, den ich jemals gemacht habe. Ihr müsst euch das denken, ne? Ich glaube, ich werde den... Ich habe mich doch unentschieden. Er sieht doch nicht aus wie ein Fuchs, sondern ich nenne den Cookieschleim, weil da sind ja so Schokostückchen mit drin. Da sind ja diese schwarzen Kugeln drin. Das sieht einfach so toll aus. Ich werde den Cookieschleim nennen. Ich habe auch schon einen Namen für meinen Schleim. Das ist nämlich Weißer Schokolade Oreo. Mhhh! Oh, ich finde jetzt... Das passt auch gut zusammen. Der Name klingt gut, aber der Schleim sieht nicht so schön aus. Nein, nein, nein! Es wird sich hier nicht beschwert! Schau! Natürlich sieht der gut aus! So ein bisschen Konaktenlösung brauche ich noch. Ja. Bitteschön. Ja, der löst sich auch hier schon gut ab. Mein Cookieschleim. Nichtsdestotrotz stelle ich mir eine Frage, jetzt schon häufiger in dieser Challenge. Warum ist... Also warum ist Focky heute eigentlich hier? Warum hat der das eigentlich auf uns abgesehen? Warum? Ja, das möchte ich gerne mal von dir wissen, Focky. Kannst du uns da vielleicht mal eine Antwort zu geben? Äh, naja, ihr macht hier immer schönen Schleim und ich dachte, heute ist nicht so schöner Schleim. Deswegen bin ich hier und ich bestimme alles. Okay. Okay, ja. Also erst einmal... Ja. Gut, wir machen immer so schönen Schleim und das gefällt ihm gar nicht, weil wir sollen auch mal einen Schleim haben, der uns nicht so gut gefällt und da mal mit zufrieden sein. Und deshalb wäre er jetzt hier, um uns so ein bisschen... Ja. Ich glaube, da haben wir Focky selber einen kleinen Streich gespielt. Wir sind ja total begeistert mit unserem Schleim. Mega! Ja, also ihr könnt abstimmen, wie euch der Focky Slime gefallen hat. Mein weiße Schokolade Oreo Slime. Oder mein Cooky Slime mit kleinen Schokostückchen drin. Super lecker und super schön. Also ich weiß ja nicht, wie's Focky geht, aber ich hab Hunger. Ja, ich hab auch Hunger. Auf Kekse. Auf Kekse und auf weiße Schokolade. Wenn euch die Focky bestimmt unsere Schleimzutaten-Challenge gefallen hat, dann Daumen nach oben. Ja. Daumen nach oben. Darf ich ihn anfassen eigentlich? Daumen nach oben. Nicht vergessen zu abonnieren, kommentieren, auch das kleine Glöckchen zu drücken und natürlich auch mal in die Kommentare zu schreiben, wie ihr Focky eigentlich findet und ob ihr den neuen Toy Story Film schon gesehen habt. Genau. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sonst folgt uns auf Instagram. Spiel mit mir Kinderspielzeug. Kathi-Karacho und Nina-Nekla. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.